wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu god of war ja in der letzten folge haben wir das licht von alfheim erlangt und wollen jetzt zurück irgendwie durch die welt um den schwarzen atem zu zerstören der bei uns vor dem berg lauerte atrius rennt natürlich mal wieder vor genau ja hier waren wir da war das licht von alfheim wo wir es herausgezerrt haben aus den erinnerungen von seiner frau brauchen wir noch hierhin vielleicht ob das was bringt auf jeden fall müssen wir jetzt irgendwie zurück schau mal atrius kannst du was mit machen nein aber vielleicht hier junge hierher junge komm junge hm was ist es neue wissensmarkierung gefunden das licht von alfheim aus dem licht werden wir geboren ins licht kehren wir zurück das licht ist der fluss der seelen der uns verwandelt und verschluckt und der leben und tod durchzieht das licht ist die wahrheit das licht ist alles alles klar das licht klingt großartig aber vielleicht macht es einen auch verrückt eine gute frage so wie kommen wir denn jetzt hier wieder zurück brauchen wir den kristallflecht hierfür moment moment jetzt zerstört man den ich hole eben den kristall hier komm mal mit ja wieder zurück wieder zurück willst du den überall hin mitnehmen vielleicht schon als kleines geschenk für zu hause so als nachttischlampe ist doch ganz cool hopp bringt das was hm hier geht es noch irgendwo hin was macht hier so komisch oh eine rune ok c r ich sehe die dritte nicht hm ok r ging wieder am längsten aber wo ist das andere wo ist der andere buchstabe hm da 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 muss der kristall hin ok äh genau c vielleicht ist hier auch noch irgendwo ein anderer buchstabe ne und wo gehen wir jetzt hin ne scheint nicht so wir müssen auf jeden fall irgendwie hier das jetzt zerstören nur wie kannst du irgendwas machen atrios hier ist irgendwo ein frosch hier ist irgendwo ein frosch hm von da oben irgendwie mensch da musst du ein bisschen nach unten fliegen rum ok der einzige weg ist aber wirklich hier oben irgendwie hm hm hä wir kommen jetzt hier weiter ah ah oh gott da ist das n ähm r ich mache als erstes mal das n wie lange bleibst du hm pass auf wie lange bleibt das zäh ich frage es halt nur wie kommt man da rein irgendwas übersehe ich irgendwas übersehe ich ja der muss da hingestellt werden und dann bekommt man eine Brücke oder ne Moment Moment Quatsch vielleicht reicht es ja schon aus wenn er den hier anschießt natürlich hier atrios mach mal was ja haha ok natürlich da kommen wir dann hin ok das c ist von hier aus nicht mehr zu erkennen oh man muss es schon von hier aus machen los 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 nein ah vielleicht geht das auch von hier c r ah dann gibt man das n nicht nicht wir müssen schnell drehen so Moment haben wir getroffen? ne hm ah Mist ich habe schnell genug gedreht nochmal 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 hey schnell drehen, hallo hallo haha oh geschafft huh das war bestimmt knapp was haben wir jetzt? noch mehr mit sehr gut gut das rätseln haben wir auch gelöst ok ok vielleicht können wir von hier aus das dann irgendwie zerstören ja das sollte doch klappen sehr gut jetzt brauchen wir ne kristall wieder hallo so und stecken den dann hier drauf und einmal anschießen jetzt kannst du die schale erreichen was? wo? da nicht? kann ich dich hier irgendwie hochwerfen? jetzt kannst du die schale erreichen ja dann geh doch da hin hm Moment ach so so prägt dir die form ein ja ich weiß jetzt erreicht doch mal die schale, hm? Atrius mach mal was wie kann ich dich denn da hoch bringen? ah, von dort komm mal hier hin ja hopp hmhm hm 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 dämliche Rätsel also, es ist doch eine Tür können wir hin durch richtig? Muss ich erstmal hier aufladen. Jetzt aber. Oh! Wo schwirren die hin? Dass sie noch leben. Ah, wie der lächelt. Oder haben wir jetzt die Bösen hier besiegt? Was ist das, dass sie nicht mehr getötet werden? Trophäe erhalten. Der mit dem Hörnern ist wieder da. Was will er denn jetzt? Die Lichtalben. Die Lichtalben sind zurück. Wir haben das Licht von Alfheim vor was auch immer geschützt. Dass die Dunkelalben ihm angetan haben. Und sie sind alle zum Tempel zurückgekehrt. Alles ist wunderschön in Alfheim. Jetzt, da das Licht frei scheint. Die Lichtalben scheinen nett zu sein. Sie sagen nicht wirklich etwas. Aber zumindest versuchen sie nicht uns zu töten. Vater sagt, ich soll keine Annahmen machen. Aber was weiß er schon. Er war mit was auch immer im Licht beschäftigt. Als ich ganz alleine einen ganzen Schwarm Dunkelalben besiegen musste. Mir egal was er sagt. Ich bin froh, dass wir uns eingemischt haben. Sehr gut. Aber was will der denn jetzt hier? Na? Der meckert? Tja. Hm? Er scheint nicht erfreut zu sein. Wo geht der hier hin? Oh Mann. Nee, sehe ich nicht. Also. Ja. Okay. Jetzt ist es mir hier doch ein bisschen zufriedlich. Da ist die Truhe. Wie dunkel es hier auf einmal ist. Da, das Licht von Alfheim scheint uns hier den Weg. Von hier aus geht das nicht wieder nach oben. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ich wollte nur gucken. Hier sind plötzlich offen die ganzen Gefängnisse. Nur der nicht. Hm. Ob das hier so richtig ist? Wiest du, wenn das Licht angeht? Oh. Hä? Was? Warum? Nein. Mach es doch nicht dunkel. Jetzt sehe ich kaum noch was. Es gibt Licht. Das muss reichen. Hm. Oh Mann. Das war ja klar. Das ist das... Wow. Wow. Oh, meine Axt. Wo ist er? Wo ist er denn? So. Ach, zwei davon. Was an dem Fall ist er wirklich schon stärker geworden. Okay. Würdest du das Licht nach oben halten? Könnte ich sehen, wohin ich schieße. Nutze deine O. Wie sollen wir hier ohne ein Kristall rüberkommen? Wir finden ein Kristall. Ja, werden wir. Erstmal gehen wir hier nach rechts. Hier, schieß mal da hin. Ähm. Ein Raum, ein Raum, ein Raum. Dort. Verschlossen. Okay. Hm. Hier ist irgendwas eingefroren. Ich kann hier nichts machen. Merkwürdig. Ich komme hier nicht durch. Okay. Ich gehe mal noch weiter hier lang. In dem verschlossenen Raum ist ganz bestimmt ein Kristall für uns. Na gut, was ist denn hier lang? Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Hm. Na toll. Was ist denn dieses Rätsel hier? Ja, den Kristall brauchen wir halt. Wir müssen noch irgendwo lang. Hier war die Truhe, an die wir nicht rankamen. Noch nicht. Gut, von hier aus kamen wir ja. Hm. Können wir hier irgendwie ein Kristall mitnehmen? Von hier irgendwie? Liegt hier einer rum? Nee, ne? Hier liegt auch kein Kristall rum. Aber hier liegt noch ein bisschen Gold. Oder Kriegsbeute. Nee, hier sind wir auch auf dem falschen Weg. Schade. Hm. Wie mag man nur an den Kristall rankommen? Ist es wieder zu offensichtlich, dass ich es nicht sehe? Weil hierfür braucht man auch ein Kristall. Aber die prallen hier ab. Hier kann ich nichts machen. Hm. Und? Moment. Ich habe irgendwas übersehen. Hm. Hm. Den habe ich immer sehen. Aber ja klar. Aber ja klar, ist auch welche gekommen. Ich habe irgendwas übersehen. So. Holen wir uns mal hier das Item. Ja, da gibt es kein Item. Okay. Komm mal mit. Kannst du das Ding wirklich tragen? Nicht, dass du hinterher hinkst, wenn wir angegriffen werden. Sei wachsam und still. Als erstes würde ich das Licht auf jeden Fall da hinten in den anderen Raum bringen. Taps, 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 taps. Na, Adriaus, wo bist du? Adriaus? Vielleicht öffnet sich ja jetzt hier irgendwie ein schönes Tor für uns. Jetzt sollte es doch gehen, oder? Oha. B-E-F-F. Hm. Nein. Nein. ein F geht das auf Zeit? auf Zeit boah woher soll ich denn wissen, wann das Richtige hier kommt? ach, das sind die Versuche, die ich habe F ist nach links ok, Moment F ist, nö, doch nicht nach links R hmm was ist das für ein Rätsel? tricky weil alle wieder sich zurück auf N stellen da ist ein C jetzt läuft mir die Zeit ab eins, zwei nach rechts ok, Moment hier machen wir zwei nach rechts ein nach links B und was haben wir hier noch? F oh nein, 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 nein F ja oh, noch rechtzeitig oh mein Gott Schumpen, Runen, Schulterpanzer gewöhnlich, naja, Brustrüstung für was gewöhnliches haben wir jetzt so ein Rätsel bekommen Basis-Offensivrüstung begünstigt Runenkraft ja, aber ich will Stärke haben boah, sieht aber echt cool aus hui cool, cooles Rätsel, auf jeden Fall oh, und wir brauchen ein Kristall da, komm mit meine Axt die bleibt ja erstmal stecken na gut muss ich gleich zu mir rufen können wir weitergehen? ja ich wollte doch nur kurz das Rätsel lösen ähm da lang Moment Axt hier oben und weiter hier das Rätsel haben wir ja schon gemacht mit der Truhe da ist die Sandschale wie viel Leben haben wir? oh, was ist das denn? es ist viel zu dunkel hier mann da hinten liegt auch noch irgendetwas immer schön alles einsammeln und was ist hier? ah ja, die Truhe oh ne, da muss man irgendwie von hier rechts lang das ging ja nicht das sind ja irgendwie mehrere und hier durch konnten wir auch nicht hm ne konnten wir hier was mitmachen? hm wie ging diese Truhe weiß ich wirklich nicht aber ich geh mal weiter ich lass dich jetzt da einfach mal liegen dafür haben wir das schöne Rätsel ja gerade gelöst und was mein Gott was willst du denn, hä? hm ha Also, es hilft es heilt die göttliche Kraft! Oh, das ist mies. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn aber nicht. Da ist er irgendwo. Ich schieße Finn auf ihn. Damit treffen wir ihn wenigstens auch, wenn er mit den Pfeilen auf ihn schießt. So können wir ihn auch töten. Ne. Oh, knapp, knapp, knapp. Ah, der ist eigentlich gar nicht so schwer. Das Leben. Oh, den holen wir uns. Nein, nein, nein. Na los. Schön auf ihn schießen. Oh, knapp. Oh, knapp. Ah, blöd. Ah, wir können uns wieder beleben. Boah, wie knapp. Ja. Ho, ho, ho. Das war knapp. Gut, dass wir den Kristall hatten. Svartal, Jofur. Oh, tschüss. Nein, das kann nicht sein. Hm? Was hat er gesagt? Es war ein, ein schwerer Fehler. Runenbeschwerung. Zorn des Wolfs. Beschwört ein, oh, Spektal-Wolf, der sich dreimal auf Gegner stürzt. Runenbeschwerung. Ein Wolf. Oh, wie cool. Runenbeschwerungen. Sie haben eine Runenbeschwerung erhalten. Runenbeschwerungen können im Waffenmenü an Klauenbogen ausgerüstet werden. Halten Sie Vierecke drück, um Runenbeschwerungen zu aktivieren. Machen wir mal erst mal. Cool. Oh, Mann. Das war aber auch was. Hm. Ja, bevor wir aber gehen, mache ich hier einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von God of War. Tschüss. Ah!